Fuuuck! Was war das denn? Oh! Links! LOL! Das kann es doch nicht sein! Guck es dir an! Guck es dir an! Die bleibt einfach an der unsichtbaren Wand! An der unsichtbaren Wand! Guck es dir an! An der unsichtbaren Wand! Guck es dir an der unsichtbaren Wand! Das ist doch nicht wahr! Oh man! Sei froh, dass ich dich gekillt habe! Leicht links klar, Alex! Scholl! Was? Alex rechts! Alex rechts! Wolltest du jetzt erstmal schreiben? Alter! Du törst jemanden! Ja, Alex hat das Ace vermuzzled, ne? Also, er hat das Ace leider knapp verpasst! Ha! 4 kills, Alex! Oh, ist doch egal! Aufhören mit der fucking Kamen! Ja, für Mira bei mir! Ja! Nein, draußen! Jäger 50! Oh fuck, der ist in der Garage rein! Garage! Jäger! Wo ich jetzt bin? Ja! Blazer raus! Blazer raus! Blazer noch drin! Da! Rechts! Fuck! Warum guck ich nicht weiter rein? Blazer Rage! Das war so dämlich, ey! Benjamin, nein! Ganz rechts, Benjamin! Nein! Nein! Unten! Unten! Nicht oben! Hm! Okay! Von wo wurdest du geholt? Ich wollte mich doch verarschen! Nur noch drei, Chris! Nur noch drei! Jäger hat Wenne-Café, war oben! Das heißt, hinterher, genau! Da kann man leider kommen! Okay, das ist da! Okay, das ist da! Ich werde dich mal in irgendeiner Ecke! Geil! Der wird Treppe bekommen! BASE! Ja! Er macht den Ace! Leute! Leute! Macht's mir noch nicht so schwer! Holy shit! Alter! LACKER! 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 LACKER, boy! Fünf kills, ja! LACKER! Uhrensöhne! Äh, Gang! LACKER! Wie viel aus dem Bart habe ich? Weil da war noch ein Fuse! Einen! Einen nur! Fuse ist da noch! Fuse ist noch ein Bart! Wahrscheinlich... Ich bin gerade gehört, aber ich sehe nicht! Guck, guck da weiterhin! Deinerricht! Geh zurück, geh zurück! Latt nach! Oder... Du wirst Kontaktkanarten rein! Was war das? Ich wollte nur werfen und nicht schießen! Ich wollte nur werfen und nicht schießen! Ha ha ha! Markiert! Holy shit! Gut gemacht! Ha 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 ha! Was war das? Ich wollte nur die Kontaktkanarten werfen! Wer ist? Wirf die Kontaktkanate! Lass mich vorher noch eine Kugel abfeuern! Headshot! Ja, genau! Nein! Nein! Ah! Verdammt! Hast du mich gerade abgeschossen! Nein! Du wurdest gerade beschossen! Im selben Moment! Filmreif! Im selben Moment, wo du rosa flogen! Habe ich dich gehalten! Danke! Das war filmreif! Hey Jim, gedroppt! Nein! Ah, schade draußen! Jim! Jim! Ja, Jim auch! Jimondo! Nein! Kranatze! Kardos durch! Kardos durch! Oh! Oh! Oh, du wirst mich an! Ha ha! What? Du musst zum Hedge! Wir waren! Du warst Infuser, oder? Na, ich versuch's jetzt so! Ich versuch's jetzt so! Ich versuch's nicht mehr! Im Zug war einer! Im Zug war einer! Im Zug! Bristol! Ich aime daneben! Alter! Ich habe total daneben geahmt! Keine Ahnung! Der auch! Ich denk mir so! Okay, er schießt! Er schießt! Es müsste nicht Lamseil´s Magazin leer sein von dem Gegner! Ich weiß nicht! Oh, scheiße, Alter! Der wird die anderen Stairs hochkommen! Oder auch nicht! Schauen wir nicht! Äh! Also jetzt beim Ernst! Mit so einer Granate ein töten ist... Aber er hat auch ne gute Reaktion, ey! Aber er hat auch ne gute Reaktion, ey! Äh, äh! It was this moment he knew! He fucked up! Die ist aber auch perfekt geflogen, also! Fuck! Okay, Twitch und Thatcher noch oben! Das ist ja, du müsst... Ja, genau! Pass auf oben auf! Dann müsste noch einer kommen, Chris! Push doch die stairs mit, Chris! Oder? Ist hier! Weil der ist oben! Das war gekauft! Manchmal erwischt man da noch einen, der was platzieren will! Der nur mal kurz hier durch will! Mach mal kurz in Ruhe! Das ist nix, Alter! Christian, bitte! Bitte! Ich kanns nicht aufnehmen! Manchmal erwischt man da einen! Wow! Aber nur manchmal! In seltenen Fällen! Christian, sag mir bitte! Du hast das! Alles klar! Ich kommentier jetzt in dieser Stimme! Ja! Bei uns, also, A muss auf jeden Fall noch eine Wand hin, sonst wird das Ganze nix mehr! Weißt du noch die Play-Arnold's Battleground-Folge? Ich werd'n bisschen hier rumräumen, ne? Ja, mach mal! Welche? Wo meintest du bei A? Fehlt da ne Wand? Ich hätt' gern noch ne Wand bei A! Jawohl, genau! Da! Äh, ja! Nee, passt auf! Ella Trepp in ze Bathroom! Oh, das kann ich gar nicht zuhören, ey! Wow! Jo, da setzt mal noch eine hin! Ach, die sieht schön aus! Hallo, Mr. Roaming LMG! Mr. Roaming LMG! Nein, ich hab' eine Ritzung vergessen! Doch, wichtig! Ja, ist egal! Ich bin unanpassbar! Ich bin unanpassbar! Ich bin unanpassbar! Alter, ist die Stimme! Das ist mein Mg! Ich kann nicht mehr, Alter! Ich kann nicht mehr, Alter! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Du kannst nicht mehr! Kuhhaha, würde ich gehen! Geil! Ich bin nämlich in Kreise, Spinner! Spinner! Nmg Spinner! You spin my head round! Raid round, Raid round! Raid round, Raid round! Like a ritual ball! Raid round, Raid round! Hey, ich bin down! Die interrogated mich, sie interrogated mich! Er soll er doch machen! Trinkt ihr nicht, da ist der Claymore. Die hat die Kämpfer geschossen, oder? Ja, hat sie. Oh wow. Ich hab nicht gedacht, dass sie nochmal zurückgeht. Goll. Better interrogated nochmal. Nice. Ich brauche den nicht. Die Ella war aber auch Premium. Die hat aufgehört zu defuse und schießt erst mal 360 aus, um sich rum. Wo ist die? Wo ist das Schild? Wo ist er? Sag, wann du startest. Startet. Okay, ich suche. Ich suche nicht. Da brech nochmal ab. Ich kann nicht abbrechen. Dann drück nochmal auf Multiplayer, rank it. Ich suche. Ja, wir suchen alle neu. Wir haben alle jetzt 5, 6. Ja, bei mir auch. Ja. Ja. Passt. Ja auch. Ich suche 2, weil krieg ich 2 Spieler vielleicht. Ja. Aber du eine Zahl von den beiden läuft weiter. Oder laufen bei dir beide Zahlen? Ja. Dem Spielball. Bin ich jetzt? Ich bin blau. Ich bin blau, oder? Welches Match hat angefangen, Chris? Äh, beide? Warte, warte. Oh was. Du spielst jetzt mit beiden Seiten. Alle von uns. Ähm. Alter. Jetzt habe ich Multiplayer, rank it im Hintergrund. Ja, das hatte ich auch schon mal. Ich glaube, das ist das geschehen Spiel nicht. Dann startet gleich irgendwann, wenn du früh stirbst, ausnahmsweise mal und dir das Spiel neu. Ist das jetzt die ganze Zeit drauf? Ja. Ach du Scheiße. So, nicht mehr während der Runden, oder? Okay. Wir haben Multiplayer, rank it und dann 2 Teams quasi erst den Start mit. Ich hab davon schon mal ein Build in die Gruppe geschickt mit der Drohne. Ja, aber... Ach, Tough Build. Hm. Oh Gott. Jetzt fällt mir ein, was du hast. Also erst, wenn ich früh sterbe. Aber Chris, sag welches Spiel du gewinnst, ja? Okay. Wie wär's mit beiden? Oh Gott, nein. Geh weg, geh weg, bitte. Geh weg, bitte. Los. Komm schon. Nein. 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 Ja, es ist immer noch da. Ja, ich sag ja. Also bei 3 von uns 5 ist das, oder wie jetzt? Ja. Alter. Alter, ist das gerade kacke. Danke. Fuck. Fast. Er hat noch 70. Pistolkill ist der letzte jetzt. Ey, Mario schaffst das. Ja, 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 jetzt. Soll ich? Frag Mario ob. Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, das. Du Hurensohn. Mario, warum? Was denn? Du Hurensohn. Mario. War das ein Kill? Er hat mich umgebracht. Ja. Soll ich das wissen? Ja, ich wusste auch nicht. Ja, ich wusste auch nicht. Mario, also wirklich. Warum denn ja? Ich bring nicht gleich ein Scream um. Ja, bring Mario um. Nein. Ja, beide. Mario und Krämer. Ich geh in die Ecke wieder. Du bist so ein Lappen. So ein Lappen bist du. Wir sind 3 Leute gegen einen. Oh manch, Krämer. Der letzte ist verhört worden. Michi läuft weg. Stirbt. Ihr könnt schön den Winker halten. Ich werd umgebracht und noch ein verkacktes Krämer noch. Ich mein, die Entscheidung lag ganz klar alleine bei Mario. Da konnte ich nichts für. Mario, ich kanfte nur. Mario, spielst du jetzt mit? Ein Kill. Ne, nicht bei denen. Vorbei? Ja. Jetzt werden wir heilen. Heil dich. Ja. Und jetzt hol dir den Kill. Tu es. Jetzt schnell, tu es. Ja. Scheint hat er es geschafft. Alter. Das war, ganz ehrlich, eine schöne Niederlage. Bitte. Oh Gott, ich bin ein wenig wippt. Was muss man denn? Twitch-Drohne kommt Krämer. Hab sie, hab sie, hab sie. Okay. Das ist deine Cam da oben noch. Okay. Hella und Smoke sind tot. Bennett ist on-spot. Nein, nicht mehr, der ist da. Pass auf, Chris, Chris, bei dir direkt. Auf den Stairs ist einer. WTF, Chris. Was war das? What? Boah, das war ja mal ein Call, Alter. Was ist los, Chris? Was ist los, Chris? Haben wir eine Kamera in Garage? Jetzt schon. LOL. So früh? Das bringt ja gar nichts. Chris, Mut ausgelöst. Ähm, Geheimgang. Ja. Alles klar. Hat sich gelohnt, die Fähigkeit. Die smocken alles zu und wollen pläten direkt. Ja. Ja. Wir können nichts dagegen machen, außer dass sie viel von ihm hat nichts gebracht. Achtung. Ich hab schon. Blue. Blue. Zwei. Blue gehen hoch. Einer. Einer Blue hoch. Da fuck, Alter. Hast du jetzt alle gemessert? Ja. BG, Baby. Ich hab einen erschossen und vier gemessert. Ich dachte, du hattest alle fünf gemessert. WTF. 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 Wie konnte du alle? Nein. WTF. WTF. Das ist geil. Alex, du bist über die Kapkanfalle weg. Hach. Verdammt. Ja. Boss halber AP. Hab ich gesagt, da ist Krile. Ich hab aber nur die Dingsfalle weggemacht. Okay, Doc. Halt. Alex, du kannst aufs Dach hoch und von Dach, glaub ich, Deffen. Von den Dach. Ach, so da. Exakt. Äh, mehr oder weniger. Jetzt hol deine Pistolkässe. Hahahaha. Fässer südart. Ah fuck. Gut. Bei mir an der Türe war was. Was? Was ist das? Der hat das an der Grenze gemacht. Der hat's an der Grenze gesetzt. Aber die Tür ist... Die Tür ist noch da. Und ich hab kaum noch neben. WTF. Was ist das für ein Bug? Warte. Deck mich. Ja, ja. Was ist das für ein Bug? Du. Alter. Ja, sei froh, dass wir so defusen konnten. Aber das ist echt bug. Und ich hab da kurz eigentlich gedacht... Ach, sie sehe ich da einen? Weil der steht so vor der Tür. Und dann plötzlich platziert. Ich dachte auch, wie kann denn da defused zu sein, wenn die Tür zu ist? WTF. Oh, Sophia. Der defuser ist auf dem Dach, aber ganz. Der defuser ist auf dem Dach. Der defuser ist auf dem Dach. Ja, schön. Wenn mich jemand aufstellen, dann hol ich ihn. Oder so. Ja, wir sterben. Oh, das wird ein bisschen lang. Ich hol den. Ich geh... Ich bin schneller, ich hol den. Ich muss dann droppen. Ja, ja, ja. Ich renne schon. Wollte zusammen. Ich wollte mich doch verarschen. Ich wollte mich doch verarschen. Ich wollte mich doch verarschen. Instant planten. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ich hab' nur noch Revolvermonie. Ich hab' versucht, dich zu decken. Ich glaube, ich hab' nen Schuss für dich geblockt. Das war super. Perfekt. Das war aber auf die Sekunde genau. Ach, was für'n Scheiße. Aber gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Ich bin mit ner Leschentrepp und Fuß in den Frieser reingepusht und hab' sogar noch einen Kill dafür bekommen. Ja, das war ein 1A-Game. Ich bin jetzt schon Klartin? Hä? Die haben ne Frost. Aufpassen. Puls, Frost. Biddle. Kapcam. Weiß doch, wie wir die Bombe planten können. Oh Gott. Wer ist denn Diffuser? Das wissen wir noch nicht. Lass uns das gleich echt mal versuchen. Ey, das will ich auch gerne versuchen. Ach so. Ist das diese? Ich glaub' ich weiß das ja. Ne, du kennst das nicht. Das haben kein Problem. Ja, ich hab's ihm gesagt. Ich hab's ihm gesagt. Ich hab's ihm gesagt. Ja, das hat der Beide mir sogar erzählt. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Gibst du ihn mehr? Nein. Ah, Mario, komm, dann. Nimm. Ich weiß nicht genau, wo die Position ist. Nicht die Türen hier aufmachen. Nicht die Türen hier aufmachen. Gar nicht aufmachen. Keine Türen öffnen. Absolut. Du willst mir mit ansehen. So, ich smoke. Hier vorne war das, ne? Ich smoke, warte, ich smoke, warte. Jetzt ganz... Ne, ne, du musst die Kante. Du musst gleich die Kante öffnen. Oh Gott, links ist einer, ne? Es geht, es geht, es geht! LOLL! Was? Weg, 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 weg! Hä? Ja, das ist... Das ging im Rank zuletzt auch. Haben Gegner bei uns gemacht. What the fuck? Diffuse könnt ihr aber nicht, ne? Doch. Doch, das geht auch von es. Aber ich hab das auch. Man kann von innen Diffuse aufpassen. Die pusht mich! Weggucken! Ja, scheiße. Hab dich! Ich hab vor zwei mit dem Brandpfeil, ne? Warte, Granate! Er ist drin, er ist drin! Schießt noch ein Brandpfeil! Brandpfeil! Hab keine mehr! Okay. BTF, geil! Das ist so dumm! Das ist so dumm, dass das geht! Alter, wie geil! Aber gut, dass wir es gesagt haben! Ja, ich hab vor allem! Ja, Cheater! Der Granat-Dedicator ist auch aus! Ne? Ich... Ich wollte es einfach mal versuchen. Also... Gucken, ob es geht. Es geht einfach. Es war für mich nur nochmal... Es ist einfach... Also... Hitze-Fieze! Genau! Ella von hinten! Ich sag doch, guck doch einer bitte hinten! Ich bin fest! Super! Nein! Der Päden auch schon besser! Mhm! Das glaub ich doch nicht! Virgil kommt herein jetzt! Andere Richtung Norden! Und Bilder dran! Ja! Dann rechts! Schön! Schön links! Durch die Tür! Der wartet sich wahrscheinlich! Andersrum oder irgendwie noch rennen? Ja, da ist ein Päden drin! Ja, hab ich... Zeit dafür! Machen rein müssen! Machen rein müssen! Herzlich willkommen! Hast gerade alles noch Zeit! Warte! 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 Ganz ruhig! Du hast genügend Zeit! Du hast genügend Zeit! Du hast genügend Zeit! Du musst ja nur in den Raum rein! Okay! Schön! Schön! Schön, als denkst! Und Mario! Du hast... Du hast Claim heute! Warum legst du dich nicht? Ähm... Aber schön gespielt! Aber Mario! Heute ein schlechter Tag, ne? Ouja... Oder so! Ich sag's, wenn du in der Ecke da gleich planten könntest... Alex, warum machst du jetzt da auf? Da ist noch eine Ecke mehr auf die ich achten muss. Das macht mir meine Arbeit nicht gerade leichter. Wenn jetzt da die Fenster... Alex, könntest du bitte zu mich hier gehen? Wir müssen versuchen, bei mich jeden zu planten... in der Ecke. Hey, woher bist du denn, dass du da stehst? Puls springt dir nachher. Plant! Puls ist im Radmuseum. Puls und Valkyrie kommen von oben. Voll red oder white? Nein, white. Ein Witz, Alter. Alex, warum kriegst du, wenn ich fragen darf? Weil ich weiß, wo die ist. Nee, deswegen wollte ich, dass du mich nicht aufmachen, Alex. Das hättest mich fast den Hals gekostet. Dieser No-Scope, Alter. Zum Zielen war leider keine Zeit mehr. Aua, da hinten! Lenk! Alter, nach 5 Schüssen. Und rechts von mir. Wup! Alter, wo schießt du hin? Wenn da kein Gegner ist, schießt du einfach irgendwo hin. Ja. Hinter uns durch Fenster wahrscheinlich. Das sind zwei... Das gibt... Ich wollt grad links, bitch! Ja, und dann gehst du nochmal rein. Wenn sagst du, das ist zwei. Ja, ich hab... Fuck mich nicht ab! Weißt du, du laufst das erste Mal rein, ne? Und dann geht er weg. Dann kommt er nochmal und du laufst noch einmal rein. Das kannst du nicht! Und drehen wir mich, Heed. Bring mal Chris um, Alex! Halt die Fresse! Wo ist Alex? Du ist Alex! Was hat er denn getan? Was hab ich getan hab? Okay, Frost haben wir da. Ich weiß aber nicht wo ein anderes. Was? Was denn? Hast du Feinklatt da oben? Ja! Du nimmst mir das fucking Ace nicht weg! Puh! Äh! Mh! Hehehe! Aber ich schieße das ganze... Guck mal, was war mir die schon reingerufen! Ja, fand ich auch. Total geil, ne? Hey! Was soll ich da tun? Pulst auf mich zu! Da schieße ich mich doch nicht von dem Kinn! Wenn ich freies Sichtfeld hab! Das ist ne Pistole! Ja! Die geht zum Toppen! Ich pisste auf die Gegner! Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein! Äh, ja! Ach so, das! Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt! Ja, Tankverbot ist am Start! Sauron! Ja! Die Achterwanne geht so ab! Die Stänze mit der Gänse! Däm, 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 däm! Ähm... Und du wirst dich mal vor? Und du wirst dich mal vor! Däm, däm, däm! Däm, däm! Däm, däm! Däm, däm! Vielen Dank.